In den USA wird das von der Demokratischen Partei angestrengte nachträgliche Amtsenthebungsverfahren gegen Ex-Präsident Trump wohl scheitern. Im Senat in Washington sprachen sich 45 von 50 republikanischen Senatoren dagegen aus, das Impeachment-Verfahren fortzusetzen. Es läuft zwar trotzdem weiter, die von den Demokraten angestrebte Verurteilung Trumps mit zwei Drittel Mehrheit scheint aber extrem unwahrscheinlich. Drei Wochen nach dem Sturm auf das Kapitol hat das FBI inzwischen 400 Verdächtige identifiziert. 130 wurden bereits festgenommen. Fünf Menschen waren bei den Krawallen ums Leben gekommen, darunter auch ein Polizist. Und kurz vor dem Auslaufen des Rüstungskontrollvertrages Newstart haben sich Russland und die USA auf eine Verlängerung des Abkommens geeinigt. Das im Februar 2011 in Kraft getretene Abkommen begrenzt die Nukleararsenale der beiden Länder auf je 800 Trägersysteme und 1550 einsatzbereite Atomsprengköpfe. Der neue Vertragsentwurf zieht eine Verlängerung des Abkommens um fünf Jahre vor bis Februar 2026. Gemeinsam besitzen Russland und die USA rund 90 Prozent der weltweiten Atomwaffen. In den Niederlanden ist es nach den Krawallen der vergangenen Nächte dieses Mal weitgehend ruhig geblieben. Tausende Polizisten mit Sondervollmachten sowie Spezialeinheiten sorgten dafür, dass die Ausgangssperre fast überall eingehalten wurde. Nur vereinzelt kam es zu Zusammenstößen. In Amsterdam wurden Polizeibeamte mit Feuerwerkskörpern beworfen. In den Bosch, Maastricht und anderen Orten zogen organisierte Fußballfans durch die Straßen, um, wie sie sagten, ihre Städte zu beschützen und erneute Plünderungen zu verhindern. Der Bundestag gedenkt heute der Opfer des Nationalsozialismus. Anlass ist die Befreiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945. Weltweit wird heute daher an die Ermordung von rund sechs Millionen Juden erinnert. In einer vorab aufgezeichneten Videobotschaft plädierte Bundespräsident Steinmeier an die Zivilcourage der Bürger. Jeder sei aufgerufen, jüdische Mitbürger vor Bedrohung, Beleidigung und Gewalt zu schützen. Die größte Gefahr für uns alle geht vom Vergessen aus. Davon, dass wir uns nicht mehr daran erinnern, was wir einander antun, wenn wir Antisemitismus und Rassismus in unserer Mitte dulden. Wir müssen unsere Sinne wachhalten, Vorurteile und Verschwörungstheorien erkennen und ihnen mit Vernunft, Leidenschaft und Entschiedenheit entgegentreten. Wo stehen wir heute in der Corona-Krise? Schauen wir auf die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland. Die Neuinfektionen gehen laut Robert-Koch-Institut weiter zurück. Unverändert hoch bleibt aber die Zahl der Menschen, die an oder mit Covid-19 sterben. Laut RKI wurden seit gestern 13.202 positive Testergebnisse gemeldet. 2.772 weniger als vor einer Woche. Die Zahl der Toten liegt bei 982. 88.610 Menschen, erste und zweite Dosis zusammengerechnet, wurden innerhalb der vergangenen 24 Stunden geimpft. Insgesamt sind es jetzt 1.921.689 Geimpfte. Ein Tornado hat im US-Bundesstaat Alabama schwere Verwüstungen und große Schäden angerichtet. Ein Teenager, der sich im Keller des Hauses seiner Familie versteckt hatte, wurde getötet. Mindestens 30 weitere Menschen wurden schwer verletzt. Besonders getroffen vor dem Wirbelsturm wurde die Gemeinde Faltendale, ein Vorort von Birmingham. Und das ist jetzt 1.922.689 Geimpfte.